Einen wunderschönen guten Abend liebe Community. Wie ihr sehen könnt, Nini ist nun auf Twitch unterwegs. Nicht mehr auf YouTube, also Livestream-technisch, sondern jetzt unter UschiTV zu finden. Das ist dann das Layout von ihr. Da sind wir noch ein bisschen dran am Basteln. Und ihr könnt ja schon mal ein Follow da lassen, wenn ihr ihre Livestreams nicht verpassen möchtet. Und bis dahin folgen und Spaß haben. Tschüssi Kowski.